so sodass Tricks die Schörungen zwischendurch ja das kann keiner tragen so was kann keiner tragen dann komm her jetzt da 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 ey jetzt haben wir nicht gewartet Kollege da 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 komm Bäm Bats Bats Bäm Bäm Bats BAT 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 BAM BAM BAT 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 Geil, so ein Remix Ha, der Spaß kommt in meinen Ah, dann zurück Ja Und da bist du wieder und tschüss Und da ist er da 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 Was haben wir denn da Oh, noch eine große Truhe Die zeigt uns den Weg zu den ganzen komischen Dingen In diesem Game Nein, in diesem Tempel Für Drinking Drinking Time Kompass wie erwartet Der letzte Gegenstand unserer kompletten Reihe Dann gehen wir mal hier hoch Weil da müssen wir jetzt auch lang Weil wir da gar nicht waren Noch zwei Geister, Freunde Noch zwei Geister Dann können wir zum Endboss herauf Fahren und dann in den Also ordentlich in den Arsch treten Aber wäre auch gut, wenn man ein großer Äh, äh, kleiner Kessel Ja Ähm, hallo Ach, da hast du Ja, ach, nee Oh, hast du eine Blitzmärkung, Navi, ne? Ja Oh, nein So, jetzt Nein So, dann gehen wir mal hier lang Da sehen wir komische fliegende Köppe Mein Gott, wir brauchen einen große Sch- äh, einen kleinen Schüssel Groß, klein war es Whatever zack 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 sind geburt gegangen lol ftw fuck was passiert wenn wir hier lang gehen und dann hier hoch man hier hoch gibt es einen weiteren weg ja vielleicht okay kein weg weiter suchen wir andere gebiete wir können auch den anderen korridor wo wir gerade vorhin waren und drehen oder war mir nicht so ah ich hab dafür rüberlegen immer diese umstände hier außenrum vor rum da 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 ich mag den waldtempel nicht ich finde den ekelsten tempel von allen den schwersten fall weil mit den vier geistern suchen ganzen tempel ab ist nicht manche ding mann 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 sache und da ist der komplette tempel auf leinwand wir sind oben und müssen da hinten also geradeaus ganz geradeaus nicht der mann ist sache so dass was gesuchte wort so was haben wir hier schön ist was der kirche ist der truhe wenn wir korridor mal drehen kann das mit dem bogen den korridor drehen und somit vielleicht neue wege verschalten aber du vielleicht Zack Das ist so geil Ich muss ja wirklich mein Wheelmix aufnehmen Kommt bestimmt gut drüber Platz Four Mein Name meiner 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 Cumler schon groß ist Dieg' auf Schluckjahrend Hattekenni vielleicht schon Für uns 8 2 Guten Tag! Die Post ist da! All Schildspaltete! Wir sind Heiländer und Beowulf! Oh, Pfeile! Geben wir den Pfeil, geben wir den Pfeil! So! Open, close! Oh mein Gott, wo sind... Alter! Was tun für ne riesen Viech, du? Ist doch total, ja, eine Schatten! Am Schatten! Wo? Okay, alles okay. Ist Paletti hier? Da ist doch noch... Ja, ein Surt-Schuh! Was zum Stürzen? Ein Surt-Schuh! Oh mein Gott! Dunkle Hand von Mordor! Stirb! Oh, einst den Angriff von der Seite, Mann! Pack mir den an! Pack mir den an, ihr alle! Ah, ist das jetzt zu melden, hä? Nein! Weitere Gegner! Bam! So, sieht's aus! Die Hand geschlachtet und ein... ...ne Truhe bekommt. Für das Handschlachten eines Handschlechters. Pack, ein bisschen Krug hier, so ein Krug, verstehst du das? Ah, ein kleiner Schüssel! Gut! Gut, 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 gut! Gute Ware, gute Ware! So! So! Ah, wir sind hier wieder! Häää! Oh, dein Arsch verbrannt, alter! Bats! Ah, verdammt! Ey, 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 komm her! Da kommen wir, glaube ich, in den kleinen Weg, aber... Moment, da war noch eine kleine Truhe. Die würde ich auch noch runterholen. Mit der... Mit dem Bogen geht das jetzt? Ist uns das Tor gewährt. Das Tor-Inneren gewährt. Tor-Inneren gewährt. Ähm, hier lang. Wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ähm... Nein, Gedächtnis, ich bin mir kein Streich! Also, war es eine Etage höher? Oder eine Etage tiefer? Werden wir genau genommen jetzt herausfinden? Ah, Moment, hier... Und dann... Ja, da kam man raus. Die Kiste kommt... Oh, ja, gut. Wenn es voll ins Auge ran, Mann, ey, voll ins Auge! Ey! Zack! Bam, 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 bam! Fup! Hm, na, neue Pfeile, ja. Hauptsache, wir haben die Truhe mal geöffnet, ne? Ähm, jetzt da lang. Ich hab mir gehofft, da wäre so ein Herz drinne, oder so ein ganzes Herz-Container, ne? Aber das kann man nur geträumen, ne? Geht man nur noch von Bösen. Von Bösen. Da-da, 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 da-da. Ach, so. What the fuck? War das nicht... Was ist der Korridor? Fuck. Komm her! Ey! Willst du scharschen, Mann? Nein! Ha-ha! Let's-ah! Bam! Na-ha-ha! So, ha-ha! Geh mit nicht hier! Kann man es wieder entdrehen? Vielleicht, wenn man sich dagegen schießt. Ah, gut. Weil ich wollte ihn wieder gedreht haben, damit wir wieder rüber können, zu dem roten Geist, ursprünglich, und dann den die verschossene Tür reingehen, weil mit dem Endboss da... Äh, Endboss, sag ich schon. Zwischenboss. Der Endboss ist cool hier in diesem Dungeon. Muss ich mir von mir geben? Ja, nee, hab ich ja schon. Die True... The Truth. The True of Legends. Die Truth. So, wir stapfen in tapferen Fuß, stapfen... in den stapfenen Fuß, stapfen... stapfers. Die Logik ist weg. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala... Ey. Ey. Hör mal. Ja, klar. Nix drinne. Vorläppig ist. Ach Gott, ich könnte kotzen. Ich könnte mal wieder richtig kotzen. Weißt du was? Dann hab ich hier schon... Herzmangel. Und dann jetzt... Ne. So kann's nicht angehen. So kann's einfach nicht angehen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Fuh. Fuh. Hiiiiiaa. Oh. Ex-letzter Sprung. Und die grünen Feuerfiecher wieder. Die auch so auf cool denken, nur weil die grünen sind, ja. Ich bin auch grün, ja. Und denk voll auf cool. Verstehst du das? Was mach ich mit machen? Ich hol ihn selber rein. Ja, das mach ich. Ich hol hier selber einen rein. Und dann freut ihn auch. Hahaha. So. Dorfen. Und wir gehen da rein. Alter. Ach. Wir gehen da. Ein Timerätsel. Abgetimed auf. Wow. Nein. Ähm. What the fuck is wrong with you? Nein. Bar-i sowas. Ist es Bar-i sowas, ja? Bar-i. Einfach nur Bar-i. Aber wie soll man jetzt hier hochkommen? Ist es eine Leiter? Nein. Ja, vielleicht. Nein. Natürlich. Nichts. Aber da. Aber da. Hat er alles im grünen Bereich, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen das genau da rein treffen. Mein Controller. Man weiß es nicht, ob es gelingen wird. Aber wir werden es hoffen. Epic. Äh. Episch. Schreiten wir in den Kampf. Um das Auge. Zum Leuchten zu bringen. Oh. Oh. Beim ersten Mal. Boah. Gott. Es war ein reiner Glücksmoment. Ah. Der Korridor ist gedreht, Meister. Der Korridor ist gedreht, Meister. Nein. Ah. Ich bin da pissig gelandet. Von Garnendorf. Äh. So. So. Mach mich da hoch. Ich will nur noch raus. Ah. Ich will nur hier raus. An meinem Haus. Im Kukiri-Wald. Oh mein Gott. Nein. Let me alone. Let me alone. Blubblubblubblub. Äh. 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 Woah. Boop. Ähm. Hello. What's wrong with you? Nein. Loke pass auf. Die deck gefüllt hier ab. Ähm. Oh shit. Boah shit. Ah. Skulldoller. Skulldoller. Peng. Voll in die Fresse. Wo bin ich jetzt? Bitte am Anfang. Ah. Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich noch eine? Oh gut. Komm. Scheiß drauf. Gebt sie mir. Boop. Gut. Rechenschaft gezogen. Hier. Ja. Ja. Nein. Hahaha. Bäm. Auf zur Truhe. Das wollte ich eigentlich nicht, aber. Das auch nicht, aber. Dein. Oh Gott. Hör auf damit, Mann. Bist du dran, ne? Pfeile. Nein. Oh Gott. Und jetzt, ne? Oh. Hallo, Geist. Letzter Geist oder der vorletzte? Lasse ich mich überraschen. Guck mal draus. Ah, der mit dem Schieberätsel. Oh. Ähm, ja. So, putzers. Hoffentlich schau ich halt mit der Zeit. So. Ah, schieb. Schiebling. Deine letzte Hoffnung liegt in der Hoffnung der Hoffnung. Mein Gott, ich hasse das. Wenn die Zeit gefuckt ist, ist der Okumel of Time, ne? Was für ein Wortwitz. Oh mein Gott. Noch. Oh Gott. Lauf. Nein. Stopp. Nein. Fale. Ich kann mich selber klatschen. Ey, ey. Komm.